Das verfickte Portal Wo liegen jetzt meine Leiche? Sind da überall noch Gegner? Ich dachte die würdest du mal töten Ich bin noch dabei, die sind schon sehr stark hier Du rennst erstmal von meiner Leiche weg und tötest Wer weiß wo irgendwelche Gegner, die keinen Schwein interessieren Hier muss ich mal an der Stadt wieder Super, jetzt sind natürlich alle immun gegen Körperschaden Ja, aber ich spiel dabei während ich fresse Der Führer rennt ja, wer weiß warum Anstatt zu spielen Ich sollte ja nicht spielen Irgendwann warst du dann fertig, ja dann sollte ich auf einmal spielen Ja Hallo? Du bist ja an deinem Timing Sag mal Ich seh sie ja nicht mal und Ach komm ey Das Umskill hat gar nichts gebracht Ich merke schon Na halt Hm Jetzt mache ich ein Portal, dann hätte ich uns ein eigenes Ist egal Super Ich bin aber genug von der Scheiße Sieg und Regenswurde bringen halt gar nichts Boah Nee Ein bisschen ab Nimm die Jetzt nimm das doch mit wenn ich es anklicke Ich krieg die Krise Ein bisschen was bringen die schon aber halt Wenn du einen Gegner hast der eigentlich Schaden macht Und dann Das Problem ist der Tiger Schlag macht plus 1600% Schaden Aber dazu muss ich dann halt auch ständig das Ding wechseln Wie soll man das denn spielen? Weiß nicht Kann ich einmal normal draufschlagen Ja Kein Mana Ach da Bist doch gar nicht Die sind alle Immunengegend, verfickt nochmal Körperschaden Ach leck mich doch Du brummst schon wieder Ja Entschuldigung Ich kann hier eh nichts machen Bist doch einmal raus Tränke überlegen Brumm ich immer noch Was? Brumm ich immer noch Bisschen Hallo ich hab noch mal einen Tränke getrunken Heißt du dich mal Natürlich kommen jetzt gleich die Gegner gegen Körperschaden ein Oh ja Oh ja Das Umskillen hat gar nichts gebracht Weil die auch nicht Moment ich mach mal das Brumm weg Vergiss den Turm Das schaffen wir nicht Seid gegrüßt Ja Also ich würde da jetzt noch nicht so schnell aufgeben Ja toll ich mach ja nicht mal Schaden an den meisten Gegnern Ja bei dir ist es problematisch ja Das ist so als wenn bei mir Blitz ohne Gegner da wären Seid gegrüßt Dazu saugen ich mir auch ständig mein Mana ab Und diese ständige Wechseln an Fähigkeiten ist auch so ein bisschen kacke Ich meine ich mach plus 1500% Schaden wenn ich voll aufgeladen bin Aber dann kann ich nur einmal schlagen und alle Ladungen sind weg Was soll der Unsinn Hä? So Devin ist jetzt ein eigenes Portal gegangen Ja musste ich jetzt mal Ich habe auch keinen Bock da ständig zu wechseln Die Waffe oder was musst du wechseln? Nein die Fähigkeit Den Zauber Den Zauber Dann würde ich nochmal Schaden plus 230% machen So So ein Combo Ja aber Das Problem ist halt Ja gut Ich Kann mir schon vorstellen dass es nervig ist ja Ich kann natürlich einfach nur die Drachenklaue machen Dann leert das halt nicht auf Ein Schattenmantel das dann hält halt nur 9 Sekunden Das ist auch kacke Ich bin nicht sicher wie das noch auf 1 geskillt so viel überringen soll Ja Na Scheiße Ja Ich wünschte ich hätte Drachenklaue Ja ich hätte jetzt weiß ich langsam warum er denn am Schluss weiter hochskillt als bis Level 1 Oh Gott Weil er es da mehr bringt Oh Gott Was ist denn der Boss jetzt? Er ist es weiter unten Ich weiß nicht wie ich mein Das ist auch ein Boss der Schatten Ja es sind zwei Bosse Erklärt euch Ich muss da durch leider Ich möchte euch helfen Ich habe keinen Trank mehr Belegt Okay Wir müssen Langsam Nein lauf Es bleibt umstehen Die beiden Bosse kriegen wir wahrscheinlich doch nicht Na jetzt nimm halt die Ausrüstung mit Oh Oh Okay Lassen wir den Turm erstmal sein Ich habe gesagt den schaffen wir nicht Toll Na super Jetzt bin ich wieder 10 Millionen Fahrrad Das Problem ist Die haben sich wieder geheilt vollständig Der eine war schon fast tot aber Dann Konnte ich Nichts mehr werfen Und dann Gut ich würde meine Werte gerne nochmal zurücksetzen Damit ich Mein Meister statt Tigerklauer Level kann Dann musst du einen Trainer nehmen Was muss ich noch machen? Dann musst du einen Trainer nehmen Sonst geht es nicht mehr Hm Gute Spiele ging das öfters aber Das ist ja kein gutes Spiel Gut ich habe noch 23.000 Geil Oder du Oder du lässt es halt so Wir können doch auf Wagnis hingehen oder? Wir können doch auch In die Kaserne gehen Zum Beispiel Erreichen wir das von Schwarzmaus? Ja Ja Müsste Hm Das sieht doch schon mal nach Übrigen aus Und dann Dann Können wir die Christiane nochmal machen Mit Ziviler Beleber Aber ich mache schon mehr Schaden Aber ich mache schon mehr Schaden Wie gesagt Ja Ja doch Ich glaube dieses Aufladen Ding gebe ich mir noch für Bosse oder so auf Weil ganz ehrlich das ständig zu wechseln ist Nein klar ich mache dann mit regulären Angriff irgendwie 1400 Schaden aber Das gilt halt irgendwie auch nur wie es der Gegner tot ist scheinbar Ja Und so weiter und Hm Alter wie viel Schaden machen Ach ich bin schon eingefroren Oh Blitzenmuh Was ist das? Blitzenmuh Ja ich arbeite dran Ich bin eingefroren Ich bin so langsam Ja ich mache trotzdem ein bisschen Schaden aber Was? Ich sage ich mache trotzdem ein bisschen Schaden aber nicht so viel Ich bin jetzt am Kalf2 Wo halte ich das ein bisschen irgendwann mal auf Ich wäre gerne mal wieder nicht eingefroren Jetzt benutz ich die Skill einfach nur falsch 1400 Jetzt wechsle ich auch nicht einfach mal halt Nee, das ist halt echt ein Treffer, dann ist das wieder zurückgesetzt, diese Ladung, das ist doch kacke. Ich mein, ich mach damit ne Menge Schaden, aber dann hört's doch schon auf. Ja, ich mein, der Drachenklaube macht halt irgendwie 1500 Schweizer, äh, schade oder so. Vollflachen durch den Pornhub-Kanal in der Hell. Ja, trotzdem 500 ist ja ähnlich wie mein Blitz. Ah, ich hab ja gar keinen Schattenmeister mehr. Ich bin schon wieder eingefroren, ach komm schon. Dass der einen Pornhub-Account hat, ist doch uralt. Mal abgesehen davon, was bist du für dummer Abschaum, was du FAZ liest, also bitte. So ein Dreck liest, der wird untergesperrt. Ach, jetzt bin ich schon wieder langs, ach. Ich hasse das. Dieses unpraktische System, wo man irgendwie auswählen muss und eine halbe Stunde brauchen zu wechseln. Deswegen wollte ich das auch nicht machen. Das Wechseln von Skills ist für mich zu toll gelöst. Das ist gar nicht gelöst. Doch, du kannst ein Skill wechseln. Ja. Voll. Das ist halt keine schnelle Auszugmeister oder sowas. Ich bin schon wieder eingefroren. Ich krieg zu viel, ey. Ja, ich bin super langsam. Oh, du kannst schnell Schaden machen, außer du bist eingefroren dann nicht, aber... Du kannst ja links auch ein Skill machen. Hm, ein Skill. Links und rechts, auf den linken Monsters und auf den rechten Monsters da. Ich weiß nicht, ob du das was bringt. Hm. Stimmt, ich kann für Link auch was belegen. Ja. Wenn du deinen normalen Angriff nicht unbedingt brauchst. Nö. Brauch ich jetzt nicht mehr. Du kannst auf den linken das legen. Stimmt. Du kannst da dein Kombo machen. Junge, diese 30 wichtigsten YouTuber in Deutschland. Das war ein kompletter Witz, was die da gepostet haben. Kack-Zeitung, ja. Äh, jetzt habe ich links und rechts dasselbe gelegt. Das ist natürlich auch klug. Komplett-Panzerhemd. Dattel-Tater-Po. Als wichtiger YouTuber. Auch noch ein Kettenpanzer. Anzieht und eh. Alles komplett falsch gemacht. Heiltranks. So. Oh. Oh. Und nicht. Das Schattenmeister ist schon wieder tot. Ja. Scht. Wenn man sich verskillt. Oh. Oh. Jetzt ist das schon wieder weg. Oh. 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 ich weiß halt auch nicht wann die drei ladungen voll sind oder hat man kurz doch ich glaube das was mich da umkreist sind die ladungen sind das die ladungen ja das sind die ladungen dann laden die doch recht schnell auf hallo ich treffe oder nicht ich habe die schon beobacht ja ich kann ja auf die ich will jetzt nur artikel von disma geschrieben sind alles andere ja 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 2x rechts treffen, 1x links schlagen. 3x rechts. 3x rechts. 3x rechts. 1x rechts. ja jetzt bald steamfell ich glaube ich habe alles was ich brauche an spielen erstmal so nein du brauchst viel mehr wie anders schlau 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 doch größere clown irgendwie irritieren wenn ich mich herumfliegen habe und mein schatten auf jetzt weißt du was den schatten man macht ich glaube auch dieses bilden wahrscheinlich das würde erklären ob man sich die schaden aufbaut hat ja toll blitzimmune gegner hey die mana geht gleich so langsam ein bisschen zu ende mach du die mal da oben ich krieg die nicht jetzt muss die mama es wieder richten lass das mal die mama machen ach steiger manche trank gleich mal schlucken hier könnte mir auch noch die manche trinken weg die blitzimmune gegner machen ja ich hätte definitiv ich habe schon wieder keinen mana mehr ich hätte definitiv mein schattenmeister das kriegen müssen ich bleib mal hier erstmal die normalen ich will keinen mana mehr saug mir das hier jemand ab oder was vielleicht verbrauchst du einfach nur so viel ich brauche mana verbrennung nein nein das ist der grund super jetzt kann ich nichts dabei rufen nichts machen gar nichts aber der haupte der boss läuft mir hinterher ja passt schon du arsch gesicht ok den kann ich töten den boss hey die wer ist denn die du ein bisschen bleib doch stehen jetzt bin ich mal langsam wo hast du diese leere trug auf nein lauf schon wieder kein mana mehr ja ich mache mir schaden aber das ist nicht einfacher geworden nur wegen gift mach den mal oder da unten irgendwo doch da noch drei kugeln um mich drei kugeln eis jetzt drei kugeln bananen eis boah ist ja schon geil ich meine so ist auch nein da ist schokolade mit drin das ist doch keiner doch ich mag schokolade ach komm abon 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 Vielen Dank.